ein herz erfrischendes moin moin und herzlich willkommen zurück zu planet 2 hartmode ich freue mich dass ihr wieder dabei seid letzte folge also am samstag für die die es immer noch nicht ganz verstanden haben da kam die folge wo wir hier den see gebaut haben und heute soll es ein bisschen weitergehen heute möchte ich gerne dass den vorderen bereich des geheges auch noch mal so ein bisschen strukturieren und dann müssen wir mal gucken ob wir die hütte noch ändern und dann finde ich auch sind wir so gesehen relativ weit fertig dann möchte ich auch gerne mal wieder was anderes als hier dieses dieses diesen bereich ich habe ja eh noch ein paar pläne ich möchte gerne das gehege hier umsetzen und hier hinten oder hier ein größeres savannengehege machen wo immer noch die beiden tierarten drin sind aber ich möchte es ein bisschen größer gestalten weil ich finde dass das hier ein bisschen ist halt so ein bisschen unpassend es passt nicht so richtig in die ecke hier ich weiß auch nicht warum das ist mein gefühl haben wir mitarbeiter gerufen den noch nicht dann haben wir hier die wölfe und dann haben wir hier hinten ja noch die bären das ist alles noch so ein bisschen ist es noch nicht ganz so organisch geworden in diesem zoo ne ich finde das bonnabour gehege aber sehr gut da gibt es so ein paar egen es gibt so ein paar egen die ich gut finde gibt es ein paar egen die ich auf jeden fall noch mal ändern muss ja es ist halt es ist halt viel kennzeichnet dass ich hier ganz zu anfang die albinoschlange von ganz weit hinten sehen da sieht das aus da hätte ich die ausgewählt hatte ich irgendwie das gefühl dass ich weiß ich gar nicht was sagen will sieben ist die ok die beiden mal raus ich habe vergessen was ich sagen wollte es ist gekennzeichnet dazu hier das durch was durch ist halt nicht so schön gebaut da anfangen es sollte halt eher praktisch sein es sollte halt da sein dass ich da ein bisschen geld verdienen dann haben wir hier die warane und so ist es ist okay ich würde ein bisschen was anders machen und zum beispiel auch dieses faun gehege was wir hier aktuell ein bisschen weiter bauen was war denn da noch mal der kommentar zu dem ding hier da gab es noch irgendeinen kommentar ach ja dass ich hier gleich mal gucken ja jawohl dass ich hier auch mal so ein paar schräge schräge säulen machen so dass das nicht alles ganz gerade ist das sehe ich ein das nehme ich auch an wenn wir hier so ein paar schrägen reinbauen dann sieht das ganze so aus als müsste das hier getragen werden und das ist vielleicht tatsächlich keine so schlechte idee dass man wenigstens so ein bisschen ein bisschen anstand war sozusagen so vielleicht gibt es glaube ich auch nicht kürzer das halt mehr so dass jetzt mal gucken dass das ist ja dass das hier passt und das möchte ich dann auf der anderen seite auch noch machen kann ich hier nicht mehr geht ja nicht ne 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 nochmal neu hier den ich gern hier hallo darf ich den auswählen jawohl zack zack Äh, dann weiß ich nicht mehr, wie viele Wie viele Grad ich gemacht habe Ist das wirklich so lang? Aber gut, machen wir mal Dann ziehen wir das hier ein bisschen zurück Ist das so, oder? Hm Ist da noch einen mehr? So, vielleicht Gleich mal schauen Wie das so hinkommt Ja, es muss ja auch nur so In etwa gleich sein Nicht so Müssen wir auch nicht Päpstlicher sein als der Papst So, das finde ich gut Was kriegen wir hier? Ein bisschen Geld fürs Auswildern Guck mal, jetzt sind hier auch noch so Querstreben, das ist vielleicht gar nicht so blöd Und Da das Dach hier in der Mitte ja noch gehalten werden muss Mache ich Hier auch noch mal Den Den Und ziehe die beiden Mal hier so ein bisschen in die Mitte Ist das die Mitte hier? Hoffen wir mal Dann ziehe ich die auch noch mal in die Erde rein Guck mal Dann ist das Dann ist das auch schon ein bisschen Es sieht Sieht ein bisschen realistischer aus Dann Das war so das Nicht das Problem, aber das war das Ziel Von dem ganzen Ding So Wenn wir uns jetzt überlegen Wir brauchen hier noch irgendwas Und da würde ich eventuell Noch eine Statue hinsetzen Halt irgendwie sowas hier In der Art Weil es halt Weil es halt gut aussieht Es ist halt ein bisschen Eye Candy hier an der Stelle Der Löwe muss natürlich weg Der wird natürlich ersetzt Durch Eine andere Statue Und zwar Genau Wir hatten nämlich auch den Den V Der muss ein bisschen höher sitzen Aber den werden wir nehmen Auf jeden Fall Der Löwe steigt erstmal aus Und dann gibt es hier nämlich auch noch Irgendwo Wo war denn das jetzt Es gibt auch so ein hohes Plateau hier Irgendwie Das beeinrichten Ne, das ist auch bebauen Ne, ist das hier so eine Säule oder sowas, ne Puff So was Ist halt sowas hier in der Art Können wir mal das hier nehmen Warte mal Äh Positionsausrichtung Guck mal Wenn das da ist Dann Kann der Pfau Easy hier drin sitzen Ohne dass es hier Zu großartigen Complications kommt Guck doch mal Das ist doch auch okay Finde ich gut Kann man den noch färben eigentlich Tatsächlich Ähm Muss schon blau sein Na die Frage ist halt Ob da auch weiß ginge Wir können es auch so lassen Aber wir haben halt nur weiße Faun hier drin Faun So hier drüben fehlt noch irgendwas Irgendwas baumiges oder so Eventuell Hier so ein kleinerer Baum Halt, 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 halt Erstmal alles weg machen hier Genau So halt irgendwie Es muss halt, muss halt ein bisschen Im Hintergrund sein Ihr habt ja auch gesagt Oder ich hab den Kommentar gekriegt Dass ein bisschen weniger Ähm Ein paar weniger Bäume Auch nicht schlecht sind Das stimmt An für sich Was ist ja auch ganz schön Wenn da so ein paar Bäume drin sind Gibt es allgemein Das 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 Parkfeeling Habe ich da jetzt gerade Wirklich 2, 4, 6, 8 80 Conservation Cudits gekriegt Ich finde einfach nur Hallo sagen Da finde ich schon groß So die Leute können hier so reingucken Und so Das ist vielleicht gar nicht so schlecht Aber hier Fehlt halt noch was Also wir müssen halt überlegen Uns fehlt hier drüben was Dann würde ich hier gerne noch Irgendwie so ein Blumenbeet Oder so anlegen Und dann fehlen hier hinten Auch noch irgendwie die Highlights Also irgendwas mit Steinen noch Und dann dass wir halt irgendwie So 2, 3 Eyecatcher machen Eventuell halt auch irgendwas Mit Steinen bauen So als Idee Weil die ja auch Ganz gut immer platziert werden können Eventuell halt auch Auch irgendwie sowas hier Warte mal Ich mach mal Ja Ja vielleicht mach ich doch nicht Garten Haben wir denn irgendwelche Ne haben wir nicht Wie sind denn die anderen hier gelistet Die hier Gar nicht als Blumen Okay krass Dann muss ich die ja viel öfter benutzen Hier Hier bei denen zum Beispiel Macht das ja viel mehr Sinn Solche Blümchen hier hin zu machen Das hatte ich ja auch gesehen In dem In dem einen Zoo Den ich begutachtet hatte Na Im letzten Dass viele von diesen Blumen hier Benutzt wurden Wenn wir so machen Haben wir da ganz schön Viele Blümchen drin Kann ich da für die Farben ändern Das ist ja der Hammer Ich gehe hier mit Was orange nimm Kann ich ihn auch größer machen Gibt es ihn auch größer Oder gibt es ihn nur so Sonst Musst du halt relativ viel hier hin machen Wenn nur die hier Nur die hier da sind Ich meine es geht Dann haben wir hier Dieses Kapuzinergras Hier hätte ich beinahe gesagt In die Mitte Und dann gibt es doch bestimmt Hier irgendwie noch was Für die Mitte Nee So ein Blumentopf vielleicht Auch nicht Das sieht alles nicht so gut aus Der geht halt einfach Eiskälter durch Vielleicht lassen wir es so Wie zufrieden sind die? Schon eher schlecht Schon tatsächlich Eher schlecht für die Das ist auch weil Der Ernährungsstatus Hier bei dem Dem so So dreckig ist Wie sieht denn das aus Hier bei dir? Halt Das geht noch Tatsächlich Aber das ist doch Auch ein nettes Nettes Beet Oder? Kann ich hier bei denen Auch noch die Farbe ändern? Nee Das geht leider nicht Es wäre noch schöner gewesen Wenn das noch so ein Farbenreiches Ding gewesen wäre Aber das können wir halt Auch öfter irgendwo hinstellen Ne? Das wird sich halt auch Gut hier hin machen Zum Beispiel Halt Immer noch halt Um Gottes Willen So Kannst halt auch mehrere Hintereinander machen Oder so Das sind dann halt So kleine Eyecatcher Hier drin irgendwie Ne? Ja ich weiß Überzeugt bin ich ja Selber noch nicht Ich würde halt hier hinten Auch gerne noch irgendwie Bambus hin machen Oder sowas Bambus Bambus kaschiert halt auch viel Das darfst halt nicht vergessen Bambus ist halt Perfekt um Hintergründe Verschwinden zu lassen Und so Wenn du hier so lang gehst Dann siehst du da So den Bambus Und so Naja Naja Ich sehe schon Ich sehe schon Wo das hinführt Zu nichts Guten Müssen vielleicht auch einfach Mit dem Mit der Hecke Klarkommen Und dass ich hier Nicht so viele Pflanzen Hinmachen kann Außerdem Warte mal Wollte ich gerne Das hier so machen Zack Denn hier drüben Soll der Eingang Genauso sein Das wäre noch so Der Plan gewesen Vielleicht kriege ich das ja noch hin Dass das so ein bisschen Anknüpft an die ganze Geschichte So vielleicht Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus Dann können die Blümchen hier Natürlich raus Die wären ja Wären ja nur ein Weg Und dann habe ich hier nämlich noch die Die Hecke Die kann ja jetzt erstmal anfangen Hier dann Das ist vielleicht auch nicht so schlecht Gehst du halt hier so durch die Durch die Hecke durch quasi Und dann bist du da Das finde ich ganz gut Hier fehlt auch noch irgendwas Aber hier hast du halt Direkt den Den Brunnen Der so ein bisschen Leben gibt Vielleicht steht er auch falsch Da vielleicht muss er dichter ran Das macht ja gar keinen Sinn Der steht vielleicht ganz gut da Da muss das Gebäude halt auch noch anders gemacht werden Die kämpfen immer noch Rotarumforsch hatte Dings Rotarumforsch ist gestorben Stemzebra hatte Nachwuchs Das hatte auch Nachwuchs Gottes Willen Okay Kommen wir jetzt zum Absolut super spannenden Teil Das ist das ich das hier auf klassisch trim Trim werde Das Gebäude Vielleicht halt auch wo die Wo die Wo die Faunen drin Die Faunen Drin schlafen werden Muss ich glaube ich auch noch Umstrukturieren Das ist glaube ich allgemein nicht Nicht ganz so gut So jetzt haben wir alles weg gemacht Das heißt jetzt startet das Gebäude hier von 9 Und da würde ich ja tatsächlich Zu Kalkstein tendieren Weil das einfach Deutlich mehr Feinhafter ist als das andere Und außerdem würde ich auch nicht Den Eingang für die Faunen hier hinten haben Sondern eher so hier Dass die hier hinten Eingang haben Hier eher Und wenn es ein bisschen mehr versteckt dann Das finde ich glaube ich gar nicht so schlecht Und dann ist halt hier auch zu Für die So dass sie da nicht hingehen können Und vorne muss natürlich Das hier noch hin Ganz genau Das hätte auch gegangen Wäre auch gegangen hier mit Mit Backstein hier Ziegelstein Aber kombinieren kannst du es halt auch Sieht halt noch nicht so aus Ähm Was geht denn hier noch so Kalkstein hier Ja Was ist das hier Dachzieherleiste Auf gar keinen Fall denke ich mal Aber es gibt ja hier noch diese Dekorationsdinger Die hier Die wir auf jeden Fall Noch benutzen müssen Auch gerne hier vorne Gerne das große glaube ich Guckt euch das mal an Dann machen wir hier eine riesen Eine riesen Das würde auch gehen Wenn das hier so ein griechischer Tempel wäre Würde ich glaube ich auch ganz gut finden Am Ende Wenn wir hier so ein paar Säulen hinstellen Oder Quasi so hier Ganz genau Da Ne 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 Halt 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 Okay Erstmal bevor hier irgendwas passiert Kommt der Baum weg Und dann zurück hierzu Und dann brauchen die unten Auf jeden Fall hier diesen Diesen hier Ganz recht Ist das dieselbe Farbe? Ja schau mal Sieht Sieht nicht ganz so aus Zack Immer noch nicht Jetzt aber So finde ich gut Oh So Markieren 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 Und dann kopieren wir die hier mal so rüber Kommt hier halt einer hin Und hier außen Kommt auch noch einer hin Wenn man sich das noch nicht vorstellen kann Wartet ab Ich glaube am Ende des Tages Könnte das ganz gut aussehen Jetzt haben wir noch so viele klassische Dächer Schiefer Ist Schiefer jetzt das was wir wollen? Wollen wir lieber das hier? Das sieht schon sehr klassisch aus Es gibt halt leider kein Kalk Kalkdach Und das hier finde ich irgendwie blöd Mal kurz gucken Was es sonst so gibt Holz geht immer In Schwarz geht es auch Was haben die denn sonst noch? Also So griechische Tempel und so Die werden ja Die werden ja einfach nur oben noch offen Und hätten so Säulen da oben Wenn sie nicht wie smart das wäre Kalk Wenn das so wäre Und dann Das nochmal oben drauf hier Sieht das aus? Äh Was ist der Größe? Was heißt die Fighting? Naja gut Müssen wir mal kurz mitleben Halt, halt, halt Wir machen das erstmal so Alles auswählen hier Halt Komm doch mal hier Ich möchte ja nicht Warum auch immer So Kopieren Und hochziehen Mal kurz gucken Wie das hier ist Mit der Höhe So vielleicht Das wären dann halt so Die Säulen irgendwie Ne Die wir hier hin machen Sieht das cool aus Ist dann halt die Frage Dann nochmal die letzten hier Da kann ich nicht mal hier Das Dings auswählen Den unteren Tatsächlich nicht Ist ja blöd Okay Gehen wir halt nur so damit Die kommen dann bis hier Ziehen wir runter Ach guck mal Daran Daran hat es gelegen Das ist jetzt erstmal Nur ein Test Ich weiß nicht Ob das überhaupt aussieht Ob ich überhaupt Damit zufrieden bin Das weiß ich noch gar nicht Vielleicht sind das auch Zu viele Säulen Speziell in der Mitte Vielleicht muss ich die auch Erstmal alle auswählen Hier wieder auf der Seite Die gehen ja auch nicht Bis ganz runter Leider Ich hätte mir vielleicht Vorher mal ein Bild Von der Akropolis Angucken sollen Oder so Da sind in der Mitte Keine Säulen So ungefähr ab hier Wären dann keine Säulen Das kann glaube ich Schon nicht schlecht aussehen Kann Äh Kalk Ich sag mal so hier Hups So dann Und dann weiß ich ja nicht Wie das hier so ist Wie viele von den Dinger Ich hier haben muss Damit es smart aussieht Ist das dann einfach Das Dach eigentlich Oder so Oder kommt da noch was Wie ist denn das Dach Jetzt gucke ich Live Live nebenbei mal Akropolis Ach die hat gar kein Dach Die hat gar kein Dach Ist auch ein Bild Wo die Wo die Nicht zerstört ist Auseinander gefallen Hier gibt's ein Bild Okay Ja das ist einfach So ein dreijägiges Dach Ah hier ist so ne Okay Hier ist so ne Zeichnung Das Ding Ist ja auch mehr Dass wir Kein so ein So ein richtiges Dach Dach haben Hier für die Wir haben ja kein Kein schräges Kalkdach Dach Und hier bei dem Weiß ich halt nicht Was ist denn schräg genug Das ist zu schräg Was hier mit Das könnt's Das könnt's halt sein Was haben wir denn sonst noch So ein Holz Holy Holz Äh nee Warte mal Machen wir anders Wir machen hier Dach Und dann machen wir die Die Wie heißen die Satteldächer Und dann soll's Farbanfassung sein Ganz genau Gibt gar nicht so viele Metall Schickes Metall In Schneeweiß Es ist halt nicht so Schneeweiß Das ist halt mehr so Mehr so ein bisschen Ins Gräuliche Irgendwie Schon irgendwie so Und dann Muss das Dach Ja hier so sein Vielleicht mach ich die Ecke hier bei den Faun noch weg So dass die Die zukünftige Akropolis hier Jetzt mach ich halt plötzlich Einen griechischen Garten Hier draus Müssen wir mal gucken Wie wir das Wie wir das hernennen Was ist denn hier Eigentlich falsch gelaufen Das sind nur die Dinge nebeneinander Achso Ah ok Ich seh schon Das war der Anfang Ich mein wenn du Wenn du halt so machst Kannst du da halt schön Der Akropolis bauen Hm Jetzt wäre es ja auch noch Wichtig euer Euer Feedback Direkt zu haben Aber ich stelle es mir Nicht so schlecht vor Wenn wir hier hinten So ein Tempel haben Das mit den Säulen Da bin ich noch nicht So hundertprozentig zufrieden Es sieht jetzt gar nicht So schlecht aus Wenn wir da mal kurz Kurz ehrlich sind Wenn ich hier oben drauf Noch Kalkdinger lege Dann glaube ich Sieht das noch Noch einen Tacken besser aus Oder? Das stelle ich mir Sehr gut vor Alles gebaut Während das Spiel noch läuft Guck mal Das wäre halt so Irgendwie der Anfang Dann muss ich das mit den Säulen Noch ein bisschen ändern Vielleicht mache ich da Vielleicht mache ich mir Jetzt einmal kurz Eine bessere Säule Warte mal Beton Beton Äh Kalk Das muss schon hier Design klassisch sein So wie sehen Wie sieht denn so eine Säule aus Die ist einfach nur Einfach nur so Und dann sind da Muster drin Ich mache mal eine hohe Säule Die ich dann Eventuell anpassen kann Achso das ist weil das hier Beton ist und das andere ist Kalk Deswegen sieht das so komisch aus So vielleicht Dann halt einfach nur so Ganz klassisch Das könnte es halt sein Oder Als Als Säule Dann muss das hier hinten natürlich weg Das muss weg Das muss weg Das Gedache muss weg hier Dann stellen wir das Einfach mal hier so hin So dass wir hier quasi auch die Säulen runter machen können Dann mache ich die in die Mitte Nee das ist ja Das wäre schon nicht schlecht hier so eine Säule Warte mal Irritiert auch so leicht Dass hier überall Bäume stehen Jetzt dann doch Weißt du Erstmal mache ich die ganzen Bäume hin Und jetzt stört mich das Sind zu viele Säulen in der Mitte hier Und jetzt steht es aktuell so auf der Mitte Das wäre halt Warte mal Das wäre halt super Wenn es so wäre hier Wenn die hier Die müssen halt relativ weit außen sein Hier ungefähr Dann gehst du Gerade mal so runter Dass Dass man dich da nicht sieht Du gehst halt gerade so hoch Dass man dich da sieht Vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand machen Jetzt sind halt noch die anderen Säulen im Weg Ähm Das hier in der Mitte ist vielleicht ein bisschen uns Dass hier so weg ist Dann sieht das tatsächlich sogar ein bisschen besser aus Ziehen den einmal nochmal ein Stück weiter rüber Oder? Ja Lass das mal so machen So ist vielleicht besser Uff Freunde Jetzt habe ich hier extra die ganzen Die ganzen Säulen kopiert Für nichts Also Für fast nichts Ich brauche heute kein Mensch Vielleicht mal gucken Dass ich die alle markieren kann Hier Damit ich nicht nur einzelne lösche Ah der Rest Der Rest ist blöd Weil ich habe die auch Unten drin Für drinnen müssen wir uns nochmal irgendwas ausdenken Warum ich plötzlich auf eine Akropolis gekommen bin Und nicht mehr hier den Mächelnwald baue Keine Ahnung Es ergab dann plötzlich So viel Sinn Es nicht zu tun Mit viel mehr Sinn Den Greek-Style zu fahren Und da habe ich tatsächlich Wenn ich ganz ehrlich bin So ein bisschen Bock drauf Das hier mal auszuprobieren Ich habe noch nicht gesehen Ob Leute das viel gebaut haben Aber hier könnte es halt passen Auch vom Biom her Ich weiß auch nicht Wie mein Zoo sich gerade entwickelt hier Dadurch dass ich hier so viel baue Ohne Pause zu machen Weiß ich nicht wie das Management ist Deswegen pausiert man normalerweise hier Beim Bauen Stempen Zebra kämpfen noch Ja Die fighten alle Wir machen mal kurz Pause Machen hier eine lange Folge Merkt ihr das? Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich freut ihr euch nur Dass ihr mich hier bauen seht Das ist halt So ist Planet so halt Es ist halt wenig Wenig Tiere leider Und viel bauen Und dann hoffe ich Dass ich hier Auch gute Sachen gebaut kriege Okay Ja das Dach schwebt jetzt noch ein bisschen Aber ihr wisst ja Das ist alles Alles nur der Anfang Wir ziehen einmal hier die Die hier mal so hin Mal kurz gucken Mal kurz gucken So müsste das ja dann sein Genau Und der eine ist dann halt über Da ist jetzt der Stein Drunter Ja gut Äh So Will dich aus Sehr gut Zack Zack So Dann einmal alles kopieren hier Ganz genau Auch das hier Nein Ihr werdet glaube ich Glaube ich Überrascht sein Das hattet ihr jetzt nicht erwartet Ich auch nicht Wenn ich ganz ehrlich bin Aber da kann man glaube ich Einiges Einiges mit zaubern Hoffe ich So Ziehen wir den ganzen Den ganzen Schmorren Hier mal rüber So ist glaube ich ganz gut Ja guck doch mal Also es ist Es ist wenig Akropolis Wobei so ein bisschen Von der Entfernung her Sieht das glaube ich Noch ganz gut aus Wir müssen halt hier drin Noch mal ein bisschen Was bauen Und müssen das mit den Säulen noch ein bisschen Besser hinkriegen Es nimmt Okay Formen an Auf jeden Fall Ich Stell mir das gar nicht Mal so schlecht vor Wenn das erstmal fertig ist Ich hoffe ihr habt Bock drauf Eventuell passt das auch Gar nicht mehr Dann hier zu diesem Zu diesem Park Aber wenn du hier so reinkommst Könnte Könnte passen Ich bin gespannt Schreibt mal gerne in den Kommentar Was ihr davon haltet Ich Weiß jetzt nicht Ich bin Überzeugt davon Aber vielleicht soll es ja gar nicht Dastehen Vielleicht soll es auch Woanders stehen Gucken wir uns mal an Sehen wir uns auf jeden Fall In der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zusehen Bis dahin Haut erstmal rein Tschüss Leute